Die folgende Video ist RATED P Leuch 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 Stuhl Wach ist der Tisch da Ich sehe einfach da auch nichts Ich hole wieder Betty Ein mächtiger Stuhl der macht Betty Die brennt voll Carsten mit Gott wird den endlosen Feind aus Über Ionen geht Dieser Feind geht über Ionen Ionen Warte mal lass uns deinen Raum raus gehen Oh nö nicht hier Wo ist er Lol da schießt einer Hat hier grad einer geschossen LOL 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 Wenn ich tief kass sein lass es schul hin Ich bin alleine mit ihm Okay wir sind es nicht Es ist Fabi Ahhhh oh mein Gott Hab ich nicht geschossen Tut mir leid Ich hab alle umgenabt Wer bist du Warte wer bist du Sorry Ist Fabi tot Ist Fabi tot Ein Das ist mir einer nicht Das ist mir den Schuss gelaufen Das ist mir den Schuss gelaufen Ich spür's Creepy ist auch tot Fabi war Ja Fabi so Ist mir den Schuss gelaufen Du bist es Nein Du bist es nicht Ich hab getanzt Julian macht's auch nicht Okay es ist Niklas Oder Es ist Niklas Kütze 4 Ihr wagt Ich glaube ihr wisst ja alle dass ich tot bin oder Ich hab keinem klar Wie ich hier wegkomme Dann kann ja noch mal sagen wer alles dabei ist Mit dabei sind Daniel Der ist diesmal das erste mal dabei Virgil ist mit dabei Niklas ist mit dabei Ich bin natürlich mit dabei Komischerweise Der Julian ist mit dabei Und Carsten Und Lukas Die sind auch dabei Und wenn du dabei bist bist du dabei Und deswegen sind die dabei Ich bin dabei Da sind wir dabei Wichser Wichser Ich bin der Scheiße Nice Niklas Schön gemacht Die Klasse Danke Ich hab noch zu viel gehört Ich hab noch zu viel gehört Sorry Niklas dass ich ein bisschen gefehlt hab Alles gut ich hab's ja geschafft Aber ich glaub ich hab nur ein wenig chaos gestiftet Und Minus 15 Punkte Ja weißt du Du bist mir in den Schuss gelaufen Lukas du Wichser Ja Fabian hat voll wenig Karma Wenig so ein Google ist auch Fabian war schon Tore Ja und dann hat Virgil noch Julien umgelegt Oh ja nachdem Julien aber mich umgelegt hatte Das war voll geil Ja aber Julien war doch Proven der hat doch Fabian getötet mit mir Das war einer für vier Ja und ich wurde von Fabi von Hardcore angeschossen Warum hat Julien mich denn erschossen Ja ich hab gedacht Weil Julien keiner mehr fucker ist Weil Julien keiner mehr fucker ist Weil Julien keiner mehr fucker ist Ja und Julien hat mir doch voll hingekleiner reingedrückt Ach ja Carsten ich hab dir für Fenster auf deine reingedrückt Alter Ist doch voll einer Ist doch einer von draus Ist doch einer Ist doch einer Ich bin auch genug Niklas 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 Ich glaub Fabian das wird Ich bin wirklich genug Geh weg Ich war ihm ein Traitor Alter Nein Fabian das hat nicht auszuziehen Was Das hat nichts auszusagen Ja ich weiß Ob ich Ich bin trotzdem innocent Könnt mir gerne glauben Echt Nee Hallo Die Tür hier ist abgeschlossen Oh ja oh Kommt mal alle hierher Kommt mal schön hier Alle in den Raum da Da schießt schon wieder einer Und wo? Was ist der Raum da? Julian ist bei mir Julian verfolgt nicht Hallo Ich verfolge dich nicht So warte mal Wer ist jetzt hier wieder abgehauen Du Fabi rein da Ah hallo Du Chrisy rein da Wo ist der andere Wer brennt die Bildung Nicht die Tür zu machen Bleib da Bleib da Rein da wieder Die Bildung wird weg Ah Niklas Oh Aua Ja da ist ja gestorben Wer ist das? Ah Lukas 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 schieß Lukas schieß Lukas schieß Lukas schieß Wo ist die Tür? Mein Gott Okay du machst es auf Ich drück kein E mehr Ich auch nicht Aber die Tür bewegt Ah Lass mich raus Ich hab Platzangst Ich hab Platzangst Das bin ich Aua 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 Oh Was ist passiert? What the fucking hell? Oh Oh Ich hab was gefunden Hihihi Opfer wie du Nein war das ne Scheiß Ja Haha Brenne Welt Brenne Alter 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 Ich hab die ganze Zeit Ich hab die ganze Zeit gesagt Lukas schieß Lukas schieß Alter Wenn du auf Klo sitzt Halt die Fresse vor Sonst komm ich zu dir nach Hause und kack dir ins Gesicht Alter Lukas Ich hab dir eingesperrt Alter Ich schenk dir morgen 20 Cent Ich schenk dir morgen 20 Cent Ganz krass als er Alter Ich kack dir dabei in den Mund Alter Nein Ich war nur ganz kurz schneller als Niklas Lappen Nein Ich bin in Detektiv Du wirst Lappen Alter wie oft das Keks ist echt ziemlich oft Detektiv muss man nachher noch so sagen Hallo Keks Ball hat hier schon wieder einer Ja wird schon wieder einen auf Ich schieß in alle Richtungen gemacht Mit dem Sniper schießen Leute stelle ich wenigstens auf die Granate wollte ich gerade so sagen Keks ist tot Ich hab Keks Leiche gefunden In der Bibliothek Loll Er wurde mit einer Diegel erschossen Wo liegt ihr denn in der Bibliothek? In der Bibliothek Ich bringe Ah hier Er wurde mit einer Diegel erschossen Diegel Ja aber pack die an Ich war die ganze Zeit da Der war bei uns Dann ist es war mit einer Diegel rum Loll Ich hab ne Glock Ich hab ne Glock Alter Aua Wir gucken mal Ever Ja Ja Soll ich doch Sehr schön Leute Wunderbar War ich Tim Fabian Da läuft mit einer Diegelung Ah Virgil Virgil jetzt hör aufhören mit Virgil jetzt hör aufhören mit Ich hab der nur von Niklas keine Ahnung Alter Ich hab dich irgendwie ein bisschen überdacht Alter Alter Virgil Da schießt doch Virgil hat keine Muni mehr Das ist eine Waffe? Nein Ey Wer läuft dann? Loll Das ist die Fährkulierung Loll Wer ist es von euch beiden? Ihr Schweine Ihr Schweine Ihr habt keine Wege getötet Alter Du bist nicht da Nein Bin ich nicht Ich weiß nicht Wohin Ich bin verwirrt Hilfe Hilfe Ich bin gestrandet auf der Insel mit Verrückten Niklas Was denn? Warte Was hast du gesagt Julian? Ich werde schon mit isst du mit der Schrotze weg Die Nächsten siehst du noch weg aus Fabian Äh Niklas Okay Es lebt nur noch einer Das ist Niklas Hi Übrigens wenn ihr euch geile beiden begegnet bitte macht euch weg Ich bin auch noch Inno Vertrau mir Achso Ja Äh Okay Niklas ist das hast du? Backfisch und so ne Mein Gott Warum hast du Lukas erschossen? Du bist doch nicht etwa böse Sag mal Julian Du weißt es ja besser ne Lukas Warte mal das muss ich jetzt echt machen Das wird nämlich nicht auf Ich bin in game Karten Letzens als ähm Ich seh nicht Oh mein Gott Ich seh einfach mal nicht Aber Kars Kars das war ja wohl mal super unnötig dass ihr mich abgeschossen habt ne Also das war echt nicht gerechtfertigt Ich bin Niklas Ja Letzens als Navy in game war und er gerippt hätte wo der auch nicht gekickt obwohl er zweimal gerippt hat ja also das finde ich jetzt richtig scheiße und also äh Daniel das habe ich einfach ausgenommen Und ich hab in den kommentaren gelesen dass die Zuschauer da auch Weißt du das war ich 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 hab's ich hab's eiskalt Ich hab's eiskalt Ja aber ich hab niemanden getötet Und ich hatte auch keine Deagle Hat er ehrlich nicht Ihr hattet überhaupt keinen Grund mich zu töten Na wollte ich nochmal gesagt haben Ja das stimmt allerdings Ihr hattet überhaupt keinen Grund Ich will mich nur nochmal darauf zurückrufen dass Navy auch nicht gekickt wurde obwohl er zweimal gerippt hatte und er war ingame genauso wie ich jetzt Ja aber Navy wurde gekickt Nein wurde er nicht Doch Dustin hat ihn gekickt Nein Doch Nein hat er nicht Doch Boah es wird scheißegal hört auf zu streiten ihrem Basis ja Ich bin Traitor Ok Nee ich werde immer nur down von Carsten gekickt ohne Grund Nee wo ist Kumukke Und ich hab in den kommentaren gelesen dass die Zuschauer darauf stehen Nee du bist Scheppchen Du bist Kumukke Kumukke Sorry Carsten ist für mich jetzt Ich bin das nicht Was passiert hier Alten Arsch Okay Warum schießt du auf mich du Arsch Warum schießt du auf mich du Arsch Warum schießt du auf mich du Arsch aus Rache Noll Spacken ey Äh New Life Regel New Life Regel Gib it nicht Dann gib it schon Alter Das ist einfach Krache Der hat mich krumm angeguckt Der hat mich krumm angeguckt Ganz einfach So sieht das aus Was Was Da war nicht Warum sagst du Warum sagst du Nee 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 Fabi Ja Ey alter Er war Traitor Ok Ich hatte auch keine Muni mehr Sonst wärst du jetzt gestorben Ok Dann bekommst du immer Ja stell irgendwas auf Alter Kann nix auf Ja Alles für die OP ausgegeben Und jetzt hab ich keine Muni für die OP Ich klatsch dich gleich um Das mir sowas von scheißegal Dammt Neu Tja Oh ich hab ein Credit Äh Niklas Oh ne Er ist draußen Wer ist draußen Tja 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 Der Spaß hier geht gar nicht klar Was du hier wieder veranstaltest du Alter Oh man ey Oh ne du Achso 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 Was ich euch nochmal sagen wollte Einer aus meiner Klasse Der will unbedingt in einer LOL Aufnahme der Wahl sein Loll Ich hab grad in dem Moment ein Radar geschossen Alter Oh Alter Äh ja Äh Ja Ich will halt unbedingt mal in einer LOL Aufnahme dabei sein Ganz sicher nicht Okay Wenn der mit in YouTube drin ist dann Bin ich raus Dann verbrenne ich den Accounts Dann bist du halt raus Dann verbrenne ich den Accounts Nein ich bin jetzt festes Mitglied unserer Mannschaft Weil der geht gar nicht klar der Junge Ihr wisst das wir grad aufnehmen Liebe Zuschauer Ihr wisst das wir grad aufnehmen und dass ich das nicht rauspiepen werde Aber das ist auch scheißegal Das weiß er sicher nicht schon Gegen welche Leute ihr so ein Groll hegt Naja Äh Daniel Das ist bei LOL Sonst ist er ganz nett Tür zu Alter ich will ne Waffe haben Tür zu meine Damen Es gehört sich nicht die Türen aufgelassen Ja Fabi auch mal süß doch Loll Loll Umukkel was soll das Umukkel schießt nur die Gläser aus Wir kriegen die Tür nicht auf wir sind gefangen Ja Welche Tür Du ganzes Vertrauen hier Keks und ich sind gefangen Warte hör mal auf eh zu drücken Für mich ist Keks Kasten Für mich Also wir beide sind Proven Neu jetzt werden jemanden weg eingeworfen Neu 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 wir können hier auch direkt mal unser neues projekt ankündigen an sich welches hey julian das neue projekt das neue multiplayer projekt creepy whisky ist trete meinst du das ring mit anfassen ja genau demnächst bei youtube barbie und niklas und alle anderen in detekt mit anfassen aber jetzt mal ernst demnächst altes live durch sind altes live mit allen die jetzt auch gerade dabei sind das heißt auch noch mehr dann ist mit dabei das ist mit ich habe heute noch gehört jepp würde auch gerne mitmachen und dann ist der stellen alle raus gehen ich habe eine bombe er gibt mir dann das geld und ich gebe dir das dann also dann dabei ist es nicht da oben ist einer gestorben um rechts im fenster um rechts im fenster umgekippt ich gucke ihm nach fabian wir können das auch so sagen alle außer lars lars war bisher noch nicht mitarbeit also julian war hier im haus als die bombe hochgegangen ist wollte ich noch mal gerade sagen schon wieder zu viel wo okay wer wer war eben im haus auch nicht nicht das kam eben hinter dem haus vor ich glaube er ist das ne ich bin ja eben reingegangen und dann kam einer von oben fabi 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 war war humorell wird wieder er kommt da schießt mich dann nehme ich aber noch ein ich glaube mich das ist und dann kommt er schießt das nur bei der entfernung habe ich gesagt okay dann nehme ich aber ein noch mit und dann warst du gerade vor mir und ich habe einmal geschossen aber das war eine klasse ich hätte auch nicht erschossen ich hätte auch vermutlich erschossen ja okay jetzt mache ich das auch so wie niklas weißt du was ganz einfach alle anderen waren eben noch draußen und du warst oben genau ich war und ich warte nicht von daher und nach oben könnt ihr auch ein däumchen geben wenn euch diese folge gefallen hat wir verabschieden uns bis zum nächsten mal dann in skyscraper und ich liebe euch